Stopp! Stopp! Ankern! Was ist denn ein Schwiel-Anker? Anfangen zu spielen! Der Start war auf jeden Fall gut! Echt? Echt? Schlimmer gehört! Spiele? Ne ich doch auch nicht. Auf die Blinkenden schießen oder? Ja, genau. Lach nicht! Alter! Alter! Alter, willst du nicht, dass dir nochmal passiert? Wo kam auf einmal der Hirsch her? Was? War der da wirklich geil? Ja! 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 Oder war das doch ein Gabelbock? Ja! 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 Either derörer oder der Hirsch her? Ja! Der hat Lokko für Hirsch gemacht, Alter! Den legendären Hirsch! Fünf Sterne! Was war denn das? Guck mal, das hab ich neu. Guck mal, guck mal. Guck mal. Spastierle. Was darfst du für Leute kriegen? Jetzt kannst du dich aufhören, musst du dich aufhören. Jetzt kriegst du richtig auf die Fresse. Wollte ich auch mal nicht. Guck mal, ich kann nicht. Ich hab's kommen sehen, Benjen, ich hab's kommen sehen. Ich wollte dir das zu essen geben jetzt. Wollen wir mal schneiden? Hä? Ja, ich hab mich schnell zerfährt. Warte, ich hole dich auf jeden Fall ein. Ach, Junge. Ah, ja. Drecksend PC, Alter. Aber, ey, wie ich geflogen bin, ne? Mit Pferd, das war... Das sah grad so geil aus. Ich bin da wieder getrampelt. Halt trappig! Man down, man down! Wen hat's da zerlegt? Aua! Ich hab nur das... Hahahaha! Das hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Ja, okay, witzig. Ja, warte. Warte. Ne, ne, das Ding ist einfach... Ich bin einfach... Mein Pferd ist einfach mit dem Kopf gegen den Baum geknallt. Okay, der da dritt ist der noch. Alter, bleib doch da, du Potze! Rigg anhalten! Hahahaha! Was war denn das? Ich zieh fast auf die Presse, weil ich das Ding auf die Presse fliehen lassen. Äh, nö? Ich zieh auf die Presse, weil ich das Ding auf die Presse fliehen lassen. Hahahaha! Das ist der Rahmen da, oder die Scheiße? Aber ist diese Scheiße Druckseite, ne? Dass du da langsam bist. Das ist so nervig. Ja, da drinnen, drinnen. Ja, drinnen, drinnen. Haha! Hahahaha! Haha! Wo an der Station fahll ich dir recht zu lang. Haha! 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 Du hast doch gar gestorben, dein Pferd. Was? Alter! Was will denn das Reh, was will denn das Reh verbilden jetzt, Alter? Reitet einfach das arme Reh um. Was will denn das arme Reh? Ne, ein Gelaufen, Alter! Ah, ja. Ah, stimmt. Oh, ich werde irgendwie schon mal... Oh, kurz hier! War richtig knapp. Ich hab nur drauf gewartet. Warum bist du blöd, Alter? Du musst das andere Pferd von den Schweizer gehen. Ich bin selber. Ah! Alter, Benji, du bist so ein Wichser, ne? Wirklich. Ah! 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 Alter, so schweig ich weiter hinten dran. So ein kleiner Wichser, ne? Wirklich. Das ist unfassbar. Ah! Ah! Ich kann nicht hören! Ah! Ah! Ich hab eigentlich noch nie so lachen gehört. Wie witzig das von mir aussahen. Ich hoffe, du brennst in der Hölle, ey! Alter, wird der Massekocher angemacht. Oh, das wird so jachkisch. Oh! Das ist nicht so das... Mach auf die Teile hier jetzt! Hoch, ey! Das ist verklahbar. Du bist sauer. Warte mal, was rennt denn hier? Rot ist weg. Oh! Oh! Puma! Hilfe! Nein, 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 nein. Waaah! Hilfe! Oh Gott! Mach ihn weg! Oh Gott! Weißt du, da gibt's sowas! Das nennt man ansehen und schießen! Ich hab meine Waffe nicht in der Hand! Danke Ehle bange. Ich war grad beschäftigt mit Puma ausweichen! Auf die Kat! Oh! Wenn ich richtig laufe, ich laufe einfach irgendwo lang. Ich seh dich da glaube ich irgendwo langlaufen. Bist du das da vorne? Ja. Ach du Scheiße. Ja du bist halt. Und es trennt den Berg. Ich bin auf der anderen Seite. Ich seh's. Der Berg ist ziemlich lang. Das kann noch ein bisschen dauern. Hier geht's hoch, hier geht's hoch. Achso ne warte mal da gibt's noch ein Stück weiter runter ne? Aha. Warte ich hab's gleich. Leicht. Ah Pferdchen. Oh Gott. Ich suche einfach mal so mein Glück. Ja ja bei dem Licht hier kommst du hoch. Soll ich noch mal was essen, sonst wird's hier ärgerlich. Was sollen hier Ness sein? Ah. Ah. Oh mein Gott. Ach. Ach. Ich glaub's jetzt. Oh shit. Au. Hab ich mich erschrocken. Was? Ich muss mal kurz kurz zum Ohren ab. Ich muss mal kurz mein Tinnitus irgendwie. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jesus Christus. Wie liegt das Ei? Sieht schon aus dem Boden. Ey. So lecker, ne? Es ist zu beleid. Wo ist das Ei? Wo ist das Ei? Hier oben bei uns. Alter, ey. Ich kann das nicht. Ey, ich war hier grad voll konzentriert zu gucken, wo dieses Ei ist, ne? Vor allem hab ich von hinten angefallen. Ey. Russell? Äh. Vielleicht. Wann? Ich hab nichts angestellt. Kannst du mal bitte schnell zu deinem Lager kommen? Wieso? What the fuck? Laut sich da was? Äh. Hat sich glaub ich grad erledigt. Hä?